Kann ich jetzt raus? Das ist wieder der Flur, oder? Da sitzt ein Baby, das gefällt mir gar nicht Da ist nix, nix Glaube ich auf jeden Fall Hat das hier was zu besorgen? Nö Baby, sitzt du immer noch da? Jo Hier sitzen so einige Puppen Ey Boah Wo kommst du jetzt her? Alter Ihr wart doch gerade eben noch nicht da Und du warst gerade auch noch nicht da Was soll das denn jetzt hier? Was soll das denn jetzt hier? Das Puppen hier Oh krank Hast du da was? Nö Hallo? Ey, immer mehr, ne? Guck dir das an Das Puppenhaus hier hat nix zu sagen, ne? Ne Die Farbe Und du mit dem Stuhl hier Ich glaube, hier komme ich auch so nicht raus Ich glaube, da muss ich ja wieder zurück, wa? Ne Okay Ich glaube, ich muss erst Irgendwo in diesem Schrank liegt was, was ich brauche Oh Oh Ja, sehr gut Okay Und nu? Boah Boah, ist das krank Alter Alter Ist das ein kranker Scheiß Ja Es zerläuft dieses Bild noch Hat das jetzt irgendwas? Ne, ne? Da war auch nix drin Jetzt fallen mir noch Sachen aus dem Schrank Muss ich Ne, hier komme ich nix vorhin War hier irgendwo ne Tür, oder was? Wo ist denn die Tür hin? Hallo? 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 Hä? Ach jetzt hier, guck mal Ach du lieber Gott, guckt euch mal das an Hallo? Hallo? Wo gehen wir jetzt lang? Das gefällt mir nicht Ich muss da lang Okay Hallo? Hallo? Okay, ich muss da wahrscheinlich geradeaus Jetzt bin ich schon wieder verkehrt gelaufen, ja? Muss ich wahrscheinlich genau entgegengesetzt davon laufen Boah Boah Ist das schräg Äh Wahrscheinlich hier lang, oder? Was ist denn das da? Boah Alter Das ist schräg Das ist richtig schräg Das ist richtig schräg Das ist richtig schräg So, und jetzt kommt was Schönes hier Alter So Achso, ich musste mich da wieder hochziehen, ja? Alles klar Jetzt bin ich wieder hier Hab das wahrscheinlich auch so ein bisschen geträumt, wa? Oh, jetzt bin ich schon wieder im Puppenzimmer, oder was? Achso, das sind die ganzen Puppen der Tochter, ne? Irgendwas muss ich hier anklicken Achso Ja, das ist leicht gesagt bei Kindern, aber... ...denen gefällt das nicht unbedingt immer Ja Super Das heißt, ich kann dann wahrscheinlich jetzt... Nur erst in die Ecke Sind wir jetzt wieder hier in einem Raum, ne? Waren da eben schon rote Fetzen? Nee Ich glaube, ich kann jetzt hier aber wieder... Muss jetzt hier wieder zurück, ne? Oh, das ist wieder alles so bunt und... Okay 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 Ich glaube, hier komme ich nicht weiter, oder? Äh... Okay Hallo Nettes Bild Nettes Bild Nettes Bild Okay, das Bild haben wir uns gerade angeguckt Äh... Ich glaube, wir gehen dann wieder raus hier, ne? Einmal hier lang Das finde ich nicht gut Das finde ich nicht gut Was? Ja, gib auf, wie immer Okay Das ist ein Pfeil zurück Ich soll zurückgehen? Komisch, was ihr hier malt, oder? Hallo Ach, guck mal, das gute Geschirr So Da ist abgeschlossen Da ist nix Das ist auch nix Da könnte etwas sein können Ist aber nicht Einmal